Lass uns das mitbekommen! Du hast eine Gaitway gewandt. Sie hat dich in der letzten Krieg gewandt. Aber es tut mir leid, dass diese Dinge nicht oftmals sich selbst wiederholen. Ein Ghoul hat in deinem Krieg gewandt. So, alles meins. Bäm! Rampart complete! das dann kann man prüken prüken das war anders lesen ist das problem You've got another sin to use, Underlord. A Crackpot has been converted in your Torture Chamber. The Ember Rift will open a portal to another realm, summoning through it an Ember Demon, a being of pure flame with no other desire but destruction. If the Ember Demon is destroyed, it will return back to its realm in an explosive inferno, then respawn through the Rift after a short time. A Ghoul has risen in your crypt. Okay, and how are we now coming? And here we are not, and here we are probably not. Yet another sin for you to spend on the Lord. Ha 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 ha, this is just a good point. Rampart's complete. Schauen wir mal, ob man da irgendwie durchkommt. Ah ja, Steinbrücke! The enemy is converting your runes. There's no time for dilly-dallying. Prove your dominance. Bahu lost. Kino's activated. Your enemies are weakened. Kino's activated. I'm supposed to be afraid. Do your worst. Ha! As if this hinders my plans. Ooh, that tickles. Relase the power all you can. It'll suit me mine. What beautiful power! I can't wait to put it on display. Oh, don't be such a bore. You're distracting me from something very important. Oh je. It could be that this is now so ugly. Ah, where can we do that? Don't know. Oh no. Oh no. Your minions are falling in battle. Insufficient manner. Insufficient manner. Insufficient manner. Your minions are dying underlord. Rampart complete. Not enough manner. You're the enemy. You're dying underlord. Oh, shit. No, shit. Oh. Ah, okay. Den habe ich nicht beschützt. Hm. Oh, um. Das ist nicht schlecht. Ein Minion hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Die Placement-Earth ist klar. Ein Minion hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Ein Minion hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Ein Gnarling hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Ein Minion hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Der Khamber konvertiert. Bist du ein Person? Ein Minion hat sich in eine Torture-Chamber konvertiert. Der Gang ist verdammt worden. Hm, hm, na, nicht so gut. Oh no, oh no. Hätte ich mir jetzt gedacht, dass ich den... Ich hätte ihn nicht mehr schrungen, aber... Tja. Gut, dann können wir dir jetzt einfach durch die Gänge und... Habe ich überhaupt der Sukubus? Ja. Sukubus haben wir. Habe ich da noch irgendwo Torcher Chambers? Na. Ja, gut, da wäre mehr als ich brauche. Shit. Shit. Shit, shit. Hm, da kann man eine Falter herbauen. Oh, und da erst. Schönen Platz. Ja, genau. Schönen Platz. Nein, das ist noch eine andere Sendung für dich, Underlord. Herr. Oh, das ist ich noch zu sehen. Ich kann es nicht. Die Begröntung wird in 10 Sekunden. Revision ready. Du hast eine neue Sins bekommen. Kann man doch mehr mehr. Behemoth, Summon! Das ist nicht. Oh, das ist für die Ereignisse. So, dann hat er 3x3 dann was. Also weg damit. Jawohl. Jawohl. Was tut schon an so Mann, was der wirklich hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und das stehen alle zwischen mir und dem Dungeon Chor. Also nix mit laschen. Ach du Scheiße. Eieiei. Gut, dann bauen wir da frei. Okay. Dann können wir da Kanonen runter. Rundherum. Scheiße. Jupp, so kann man fählen. Und wenn man denkt, oh die ersten Trauben eh so easy. Machen wir den Rest eigentlich fertig. So. Ach gut, hier kriegt man auch falsch. Na egal. Gut. Ach gut, hier kriegt man auch falsch. Na egal. Gut. Also wenn sein Behemoth da anspaziert, sollte das ein bisschen auffallen. Ja, das war befürchtet. Okay, das klingt schon mal gut. Nuh oh. Was? Der spaziert da so leisig ein, oder? Der spaziert da so leisig ist. Der spaziert da so leisig ist. Der spaziert da so leisig ist. Ach, du Scheiße. Idiot. Der spaziert da so leisig ist. Okay, das tun wir ganz schnell da aufwecken. So. Ach, da die Gründe sind wir anbauen. Alter Schwede. Aber jetzt, da gehts wenigstens dahin. Äh, weiß ich so. Du hast nicht genug Manor, um diesen Spazieren zu schützen. Halleluja. Okay, so, die Dinger sind auch nochmal geschützt. Schauen wir uns das immer von der Seite an. Jetzt kann ich eigentlich immer schauen, dass ich da möglichst gut verteidige. Geilig. Oh Gott. Das hat eskaliert schnell. Okay, jetzt speichern wir und dann riskieren wir das. So. Er preай, oh Gott. igs. Gött. Der sommer sich noch mal an Berllung zu machen. Der verberuhr wird natürlich tatsächlich. Öffnen wir bei einem New Target machen. Das ist sicher. You are out of mana. Rampart complete. Not enough mana. Time to pay your minions, Underlord. For all their hard work. Not enough mana. Yeah. So, now. Your Behemoth will be summoned in one minute. Na, dann hock mal weg, der Stück. Your Rampart is under attack.